Wenn du einen Firmenwagen hast, musst du den Verkaufserlös deines Firmenwagens als Betriebseinnahmen versteuern. Und das kann ziemlich hoch sein. Es gibt allerdings einen Trick, wie du das vermeiden kannst. Und wie das genau funktioniert, das erfährst du in diesem Video. Ich habe zu dem ganzen Thema Firmenwagenversteuerung schon eine ganze Videoreihe aufgenommen, die verlinke ich dir oben rechts einmal. Grundsätzlich gibt es aber bei dieser ganzen Thematik noch so einen Stolperstein, den ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und zwar ist es folgendermaßen, wenn du dein Auto privat kaufst, dann ist der Verkauf deines Autos steuerfrei. Das ist allerdings nicht der Fall, wenn du dein Auto als Firmenwagen anschaffst. Dann ordnest du das Auto ja dem Betriebsvermögen zu. Und wenn du Betriebsvermögen verkaufst, ist der Erlösgewinn tatsächlich eine Betriebseinnahme, auf die du Einkommenssteuer und gegebenenfalls auch Gewerbesteuer zahlen musst. Das heißt, vollkommen egal, wann du dieses Auto verkaufst, nach einem Jahr, fünf Jahren oder zehn Jahren, musst du tatsächlich auf den Gewinn, den du damit erzielst, Steuern bezahlen. Und wenn das Auto abgeschrieben ist, also vollständig über sechs Jahre die Anschaffungskosten verteilt worden sind und du es dann verkaufst, dann ist tatsächlich der gesamte Umsatz, den du beim Verkauf machst, ein steuerpflichtiger Gewinn. Und das kann durchaus eine hohe Steuerzahlung ausmachen. Wenn du zum Beispiel noch 10.000 € für deinen Gebrauchtwagen bekommst, der vollständig abgeschrieben ist und dein Steuersatz ist 35 %, zahlst du 3.500 € Steuern, wenn das Auto im Betriebsvermögen war, die du nicht bezahlen würdest, wenn das Auto im Privatvermögen gewesen wäre. Und um diese Ungleichbehandlung oder genauer gesagt diese Steuerbelastung zu vermeiden, gibt es einen Workaround, den du anwenden kannst. Und den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Und zwar wäre es denkbar, dass der Ehepartner das Auto kauft und mit dem anderen Ehepartner einen Leasingvertrag abschließt. Das heißt beispielsweise meine Frau kauft das Auto, was ich gerne als Firmenfahrzeug nutzen würde. Das heißt meine Frau kauft dieses Auto und schließt mit mir im Rahmen meiner Selbstständigkeit einen Leasingvertrag ab, beispielsweise 36 Monate. Und ich kaufe das Auto gar nicht selbst, sondern es gehört jetzt wirtschaftlich meiner Frau. Aber ich schließe einen Leasingvertrag ab und ich habe dann einfach monatliche Leasingraten, die ich an meine Frau überweise. So habe ich bei mir in der Buchhaltung die ganz normalen Kfz-Kosten, wie ich sie auch hätte, wenn ich das Auto irgendwo anders leasen würde, und meine Frau hat das Auto im Privatvermögen. Das heißt beim Verkauf des Autos aus dem Privatvermögen von meiner Frau ist das dann ein privates Veräußerungsgeschäft und das ist dann steuerfrei. Und so kann man das Ganze umgehen, dass du einen Firmenwagen hast, das Ganze aber trotzdem nicht in das Betriebsvermögen aufgenommen werden muss und dann beim Verkauf nicht versteuert werden muss. Wichtig ist hier natürlich, dass die Verträge genauso abgeschlossen werden, wie du sie auch mit einem fremden Dritten abschließen würdest. Das heißt die Leasinghöhe, die Konditionen und so weiter, die müssen genauso sein, wie du es beispielsweise auch von einem anderen Leasingunternehmen bekommen würdest. Und natürlich musst du auch ganz normal den privaten Nutzungsanteil versteuern. Das heißt, du kannst erstmal alle Kosten, die du im Zusammenhang mit diesem Auto hast, also die Leasingraten, aber auch Tanken, Reparatur, Kfz-Steuer, Versicherungen und so weiter, kannst du alle in deiner Selbstständigkeit als Betriebsausgabe buchen. Aber du musst dann halt auch da natürlich den privaten Nutzungsanteil ausrechnen. Das machst du mit der 1%-Methode oder mit der Fahrtenbuchmethode und musst das dann jeweils versteuern. Aber ich hätte in diesem Beispiel über den Umweg des Privatvermögens meiner Ehefrau es vermieden, dass das Auto im Betriebsvermögen landet und sie kann es dann später komplett steuerfrei veräußern. Das heißt, in diesem Szenario ist meine Buchhaltung also relativ einfach. Die sieht nämlich genau so aus, als wenn ich das Auto von irgendeinem Leasingunternehmen leasen würde. Doch wie würde es sich bei diesem Beispiel bei meiner Frau verhalten? Meine Frau hat jetzt ja ein Auto und hat Einkünfte, weil sie bekommt ja von mir die Leasingraten überwiesen und hat da ein Auto. Und damit generiert sie ja Einkünfte. Genauer gesagt sonstige Einkünfte nach § 22 Einkommensteuergesetz. Und die sind tatsächlich sogar komplett steuerfrei, wenn sie unter 256 € pro Jahr liegen. Das heißt, bis zu 256 € im Jahr kann sie damit sogar Gewinn machen und dann bleibt das Ganze steuerfrei. Wenn das Ganze denn darüber hinausgeht, muss sie tatsächlich auch Steuern bezahlen. Allerdings sind das nicht nur die Leasingraten, die du berücksichtigen musst, weil meine Frau hat ja in ihrem Privatvermögen das Auto angeschafft und kann es da auch abschreiben. Machen wir da vielleicht einfach mal ein ganz simples Beispiel. Wenn meine Frau für 60.000 € ein Auto anschafft und mir das quasi weiter verliest, dann kann sie diese 60.000 € ja abschreiben und zwar über 6 Jahre. Das heißt, sie kann 10.000 € pro Jahr als Abschreibung geltend machen. Und wenn sie jetzt 10.000 € pro Jahr von mir auch als Leasingraten bekommen würde, dann macht sie eine einfache Rechnung und zwar 10.000 € Leasingkosten minus 10.000 € Abschreibung sind kein Gewinn. Das heißt, sie muss laufend gar keine Steuern bezahlen. Und wie ich schon erwähnt habe, ist auch im Fall des Verkaufs des Autos keine Steuer fällig, denn ein Auto gilt als sogenannter Gegenstand des täglichen Gebrauchs nach § 23 Absatz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz. Und es kommt tatsächlich noch besser, denn du kannst grundsätzlich das Einkommensteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz immer getrennt voneinander betrachten. Nur weil es im Einkommensteuergesetz kein Betrieb ist und kein Betriebsvermögen ist, was meine Frau da hat, kann sie trotzdem freiwillig die Umsatzbesteuerung wählen. Das heißt, sie kann sich bewusst dazu entscheiden, Umsatzsteuererklärung abzugeben und quasi umsatzsteuerpflichtig zu werden. Warum ist das Ganze eigentlich so spannend? Na ja, dann hat sie einen Vorsteuerabzug. Das heißt, wenn sie für 50.000 € netto ein Auto kauft, dann sind darauf on top ja nochmal 19 % Umsatzsteuer, in dem Fall 9.500 €. Und die kann sie tatsächlich geltend machen, wenn sie sich gegen die Kleinunternehmerregelung entscheidet. Dann sind natürlich die Leasingraten, die sie mir in Rechnung stellen würde, auch mit Umsatzsteuer. Und ich würde das jeweils mit Umsatzsteuer an meine Frau überweisen, was für mich in meiner Selbstständigkeit überhaupt kein Problem ist, weil ich da natürlich die Vorsteuer geltend machen kann. Und wenn du unter den Kleinunternehmergrenzen bist und bewusst darauf verzichtest, § 19, also die Kleinunternehmerregelung anzuwenden, dann bist du leider für fünf Jahre gebunden. Meine Frau könnte aber, wenn ich nach fünf Jahren dieses Auto immer noch habe, dann bewusst entscheiden, dass sie jetzt die Kleinunternehmerregelung wählt. Das Ganze führt dann dazu, dass der Verkaufserlös des Autos, wenn das länger als fünf Jahre gehalten wurde, nicht nur von der Einkommensteuer befreit ist, sondern auch von der Umsatzsteuer. Das heißt, meine Frau hat einen Vorsteuerabzug bei der Anschaffung, muss aber den Verkaufserlös nicht mehr mit der Umsatzsteuer besteuern. Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich letztens mehr oder weniger aus Zufall über diesen Steuertipp oder diese Steuergestaltung gestolpert bin. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Ganze ziemlich attraktiv finde, denn insgesamt spart man da relativ schnell tausende Euro an Steuern. Und das ist jetzt nicht ganz wild ausgedacht. Tatsächlich wurde diese Methodik erst vom BfH, also vom Bundesfinanzhof, bestätigt in einem Urteil vom 29.09.2022. Das heißt, das Ganze ist noch gar nicht so alt. Du findest einmal die Fundstelle zum Urteil unten in der Videobeschreibung. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal so eine praktische Einschätzung geben. Natürlich ist das ein interessantes Modell und man kann damit ein paar Tausend Euro sparen. Allerdings hat man dadurch schon mehr Aufwand. Der eine Ehepartner muss das Auto kaufen, muss einen Vertrag abschließen. Das heißt, man muss erstmal diesen Vertrag haben, der ja auch so ist, wie man ihn woanders abschließen könnte. Das heißt, der muss wie mit einem fremden Dritten abgeschlossen werden. Und der Ehepartner, der das Auto besitzt, muss ja auch eine Art Gewinnermittlung machen. Das heißt, da müssen dann die Leasingraten mit der Abschreibung miteinander verrechnet werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Ehepartner, der jetzt Leasinggeber ist, natürlich jetzt auch erstmal umsatzsteuerpflichtig ist und Umsatzsteuervoranmeldungen oder eine Umsatzsteuererklärung abgeben muss. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall, wenn man diese ganze Möglichkeit betrachtet, nicht außer Acht lassen. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich finde zumindest finanziell klingt das Ganze gar nicht unattraktiv. Und wenn dich die Arbeit nicht abschreckt, ist das vielleicht auch ein Modell, was für dich interessant ist. Ich hoffe, mit diesem Video hast du etwas gelernt und vielleicht ist, ja, ich würde mal sagen, dieses Workaround auch ganz interessant für dich. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du selbstständig bist, dann haben wir ein tolles Angebot für dich. Alle Informationen dazu und wie wir dir weiterhelfen können in deiner Selbstständigkeit, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Oder ein anderes Angebot sind unsere weiteren Videos auf diesem Kanal, z.B. dieses hier oder dieses hier. . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020